In unserer heutigen Folge geht es ran, wieder ein weiteres Hochhaus zu bauen für unsere Stadt. Aber nicht ein einfaches Hochhaus, sondern ein Villager-Hochhaus. Denn ich habe in meiner Welt noch gar nichts gebaut für meine armen, lieben Villager. Und seit neuestem gibt es diese auch als Bauarbeiter. Warum sollten wir es nicht nutzen und denn ein riesiges Hochhaus bauen? Wie es am Ende der Folge aussieht, sei gespannt. Von daher, plugge die Hand, los geht's! Wollen wir mal anfangen hier mit dem nächsten großen Bauprojekt. Ich habe sogar Bauarbeiter heute dabei, die mich unterstützen werden. Und es sind Villager-Bauarbeiter, mal was ganz Neues hier in Minecraft. Für unser, ja, Modell steht heute ein Villager unfreiwillig bereit. Ich muss den einfangen, weil er ist immer irgendwo anders hingelaufen. Und für meine heutige Folge sind das hier diese Blöcke, die ich mir ausgesucht habe, um unseren größten Villager-Tower zu bauen, den es in Minecraft jemals gab. Wir müssen später auch noch die Straße nachziehen, denn sonst haben wir keinen richtigen Anschluss an diesen Tower. So, wir wollen uns unseren Tower aus kompakten Schlamm bauen. Ich weiß, Schlamm. Eigentlich nicht sehr stabil, aber heute muss er reichen. Jetzt muss ich nochmal nachschauen, wie breit eigentlich so ein Kopf von einem Villager ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Für ein Hochhaus ist das, glaube ich, das perfekte Maß. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wie groß ein Kopf überhaupt ist von einem Villager. Halt mal still mit den Pixeln. Ich will mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, zwölf, d activities, zwölf, dreißen, zwölf, d Olga jetzt, zwölf, dreißen, zwölf, dreißen, zwölf, dreißig, 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 stopp. Puh, 30 Blöcke hoch. Das muss ich jetzt natürlich auf jeder Seite hier einmal machen. Tja, das wird ein Dickschild, würde ich mal sagen, vom Villager. Ja, dann nehmen wir erstmal den Schlamm und ziehen erstmal die Seiten zu. Da habe ich jetzt aber auch wieder Arbeit, hier die Wände hochzuziehen. Die Seiten des Kopfes, die stehen schon mal. Jetzt kommt natürlich die Vorderseite, die wichtigste Seite, die wir überhaupt haben. Und da müssen wir mal auch andere Materialien nehmen. Hm, ich würde mal sagen, die Nase hat die gleiche Farbe wie seine Backen. Erinnert euch eigentlich die Nase von den Villagern auch immer an Tadeos von Spongebob? Ich weiß nicht, das ist einfach wie so ein Tadeos. Wahrscheinlich haben die Macher von Minecraft auch immer zu Spongebob geguckt. Die Nase muss aber viel dicker werden. Beim Mund der Villager weiß ich noch nicht so ganz genau. Wir könnten ihn eigentlich auch lächeln lassen. Oder sollen wir so einen ganz normalen Mund nehmen? Hm, Augen nochmal wegbauen und einfach innen drin reinsetzen. Das wirkt einfach viel schöner. Schauen wir unseren Villager an. Man erkennt ja doch schon, dass er so ein paar Pixel noch im Gesicht hat. Dafür werde ich einfach jetzt hier meine Schlammziegelblöcke nehmen, um hier die Blöcke so ein bisschen auszutauschen. Um das gleiche Muster so ein bisschen hinzubekommen, was auf dem Villager abgebildet ist. Zu guter Letzt müssen wir natürlich noch einmal den Kopf ausfüllen. Denn wir dürfen nicht vergessen, oben drauf will ich auch noch eine Schicht haben. Auch auf dem Kopf werden wir einfach noch mal ein bisschen so, ja so eine andere Textur einfach mal einarbeiten. Ich glaube der ein oder andere von euch, der weiß schon wieder was ich vorhabe. Aber, haha, ihr glaubt nicht wie wir das machen wollen. Manchmal muss man sich einfach nur ausprobieren in Minecraft. So, noch einmal werde ich mir meinen Kopf hier oben drauf hinsetzen. Und dann haben wir hier einen riesengroßen Turm voller Villager-Köpfe. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen die Nasen verbessern. Die machen wir auch noch etwas größer. Die ziehen wir auch noch ein bisschen runter. Wenn ich immer so große Nasen sehe, dann muss, das können wir uns nicht hingehen lassen. Da müssen wir auch noch ein Popel reinbauen. Nehmen wir so ein bisschen Schleim. Ja. Ah, ehrlich. Einfach so. Ich würde einfach mal ringsrum noch mal drei Blöcke einfach mal wegschlagen. Wir bauen auch wieder ein bisschen realistisch. Machen wir unten erstmal ein kleines Fundament hin. Das sieht doch schon mal ein bisschen wieder interessanter aus unten der Boden. Was meinst du dazu? Da war immer noch die Frage, wie kommen wir da rein? Und ich habe mir einfach gedacht, wir gehen einfach durch die Nase rein. So, von vorne wäre natürlich ein bisschen doof. Wir machen das einfach mal von der Seite hier. Da schlage ich mir jetzt einfach mal hier so ein kleines Flüschlein rein in die Nase. Sieht sehr weird aus mit den Augen hier drinnen. Da wären wir in der Nase drin. Hier wollte ich mir natürlich so einen kleinen Spawn-Location bauen für meine ganzen Villager. Damit man hier ein bisschen traden kann. Denn ich habe ja wirklich noch nicht auf dem Server so einen Ort, wo man mit Villagern handeln kann. Und diese werde ich natürlich bis zum Maximum aufleveln. Dass jeder, der dann kommt, denkt sich, hä, was ist das denn hier? Oh lol, die kann durch die Nase gehen. Und schon ist er drin, sage ich mal, bei den ganzen Villagern. Aber es ist noch ein weiter Weg, bis wir das Ganze haben. Wir müssen es ein bisschen hier innen drin designen. Wie wir das jetzt machen, ja, da muss ich selber ein bisschen hier erstmal gucken. Kreativ sein. Es ist auch sehr dunkel hier gehalten. Wir machen mal ein bisschen Licht. Entfernen wir mal so alte Sachen, wo ich erst dachte, okay, das sieht gut aus. Aber manche Blöcke muss man einfach wieder entfernen. Das geht einfach nicht. Einmal so ein bisschen kreativ sein. Einfach so, wie es gerade einem gefällt. Was ich mir innen drin hier aber definitiv bauen werde, sind Eisengolems. Da meine Dorfbewohner natürlich auch beschützt werden sollen. Und hier soll ja nicht irgendeiner kommen und griefen. Also machen wir gleich zwei davon. Das nenne ich mal Zufall. Einfach mal hier meine Schmiede ergegen gemacht. Und dann habe ich hier auch gleich als erstes den Schmied bekommen. So, innen drin haben wir soweit alles vorbereitet. Bevor ich euch das jetzt aber natürlich zeige, müssen wir draußen noch ein bisschen was machen. So, wir wollen natürlich die Straße einmal erweitern. Okay, das buddeln wir jetzt in die Erde. In die Erde buddeln wir das ein. Ups, hätte ich zweimal in der Brüse müssen. Aber wir haben schon mal das Maß. Okay, das passt. Okay, super. Check, check, check. Wir buddeln in die Erde und platzieren die Straße. Die Straße. Und meine Bauarbeiter lebe noch. Die haben die Straße gebaut. Ihr seid die Besten, meine Bauarbeiterfreunde. Jawohl. Oho. Mein Villager Tower. Wenn man jetzt hier einfach reingeht, dann... Bäm. Haben wir hier unsere Villager, mit denen wir handeln können. Man kann hier, sag ich mal, seine eigenen kleinen Etappen machen. Hier zum Beispiel alle, die, sag ich mal, Lebensmittel handeln. Hier hinten haben wir die, wo wir Zauberbücher und sowas bekommen. Oder Karten. Hier zum Beispiel ist unser Waffenhändler und alles. Check. Und natürlich Eisengrohlems zur Bewachung. Damit hier auch keiner entkommt, ich meine, sicher ist. Am Ende bin ich doch sehr zufrieden. Ich muss es aber natürlich noch ein bisschen verfeinern. Denn die Villager innen drin wollten einfach ihren Job noch nicht behalten. Da muss ich mich noch ein bisschen einfuchsen und herausfinden, wie das in Minecraft funktioniert. Aber ansonsten habe ich jetzt ein riesiges Hoch raus. Was natürlich meine Villager bewohnen und wo ich jetzt auch handeln kann. Wenn dir das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, zu liken. Bleibt gespannt. Unsere Stadt wird noch wachsen. Aber ansonsten war es das Video für heute. Ich bedanke mich für's Zusehen. Wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Haut's rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.